Spaß mit Barry Bergmeister. Was ist jetzt? Mir gefällt dir das besser. Ja, man merkt, wer der Arbeitgeber ist. Danke. Super, auf geht's. Wo sind die Opfer? Einmal kurz probieren. So, ja genau. Chili? Chili? Das ist Zwetschkendatschi. Moment, ein bisschen Sauce drauf. Ein bisschen Sauce drauf. Die reden alle durcheinander vorne ist. Und wie ist? Ahhhh. 1A, oder? Gell? Du isst gleich weiter. Und bei da, wie schaut's da aus? Und? Ganz gut, ganz gut. Seid ein bisschen abenteuerlich, oder? Und Oster richtig, oder? Mein Gott, die Essen ist völlig freiwillig. Oster, ja. Ja, freilich, darfst du natürlich isst die Oster. Die kennt keinen Schmerz, oder? Aber es kann kein Mensch sagen, dass wir Essen wegschmeißen. Nein, es wird aufgeessen. So, sind wir fertig, die Damen? Dann gehen wir Haus weg, weiter. Dankeschön. Sehr gut. Dann nimm dein Bandl wieder. Das angefressene Ding da. Stefan, du gehst da rüber. So. Servus. Servus. Angenehm, angenehm. Servus. 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 Also wir haben jetzt einmal in der Küche kreativ gewaltet. Und ihr dürft jetzt den Geschmackstest machen. Einfach einmal probieren. Hast du das gekocht, Stefan? Jo. Selber? Also das war der Herr Werkmeister da. Das ist meine Kreation. Ich empfehle meine Kreation. Kaiserschmarrn mit Schwärmerlsoße. Perrischmarrnpfandl. Du musst es bei mir auch mal probieren. Ich weiß nicht. Ja, was? Der kennt den Trick. Sagt, dass es gut schmeckt. Schmeckt gut. Rohrnurl. 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 Die Auster war ja nicht so schlimm. Aber die scharfe Sauce ist gemein. Wir werden diesen Teller lernen. Das versprechen wir. Da geht nichts kaputt. Auch wenn es uns spät. Das wars für heute. Wenn ich morgen ausfalle, dann liegt es daran, dass ich wahrscheinlich die Nacht am Pferdchen verbraucht habe. confirmed. Von der Inhalte Acord. Dames. Vielen Dank.